Herzlich willkommen! In diesem Beitrag geht es um ein ganz interessantes Thema, nämlich was haben die Typen Autonomie und Verschmelzung mit der Bewegung der Aura und der Energiesysteme zu tun. Also hier geht es um was Esoterisches, was für Menschen geeignet ist, die feinfühlig sind, hellsichtig, Medien, die als Therapeuten tätig sind oder falls du betroffen bist, hochsensibel bist und generell eine feine Wahrnehmung hast, dann ist das hier möglicherweise sehr interessant für dich. Ich habe die Typen Autonomie und Verschmelzung bisher nur von der traumafachspezifischen und der psychologischen Seite beschrieben und hier geht es um die esoterischen und energetischen Zusammenhänge. Und das ist deswegen so interessant, weil diese quasi genau entgegengesetzt des sichtbaren und psychologischen Erscheinungsbildes sind. Das heißt zum Beispiel beim Verschmelzungstyp, das ist ja jemand, den wir erleben als jemand, der auf andere zugeht, ein zwanghaftes auf andere zugehen und sich mit anderen beschäftigen. Das ist die sichtbare psychologische Ebene. Das Energiesystem funktioniert aber genau andersrum. Das Energiesystem des Verschmelzungstyps ist zwanghaft nach innen gerichtet. Beim Autonomie-Typ ist es genauso. Es ist diametral entgegengesetzt. Der Autonomie-Typ zieht sich zwanghaft zurück. Das Energiesystem aber, also die psychologische Ebene, ist zwanghafter Rückzug. Das Energiesystem aber, das Unsichtbare, was man eben nur spüren kann, das ist zwanghaft nach außen gerichtet. Wenn dir das alles so kompliziert wird hier und dich das nur verwirrt, was ehrliches Mitteilen und die Typen angeht, dann lass das weg, das Video. Es ist nicht notwendig, um EM zu praktizieren, aber es kann einfach eine zusätzliche Dimension und Verständnis für einige Menschen bringen. Deswegen erkläre ich diese Zusammenhänge auch. Und ich werde dir diese Zustände auch vormachen, damit du das direkt spüren kannst. Und am Ende wird es auch Übungen für den jeweiligen Typ geben, sodass ihr in der Partnerschaft quasi nicht nur das ehrliche Mitteilen machen könnt, sondern auch energetisch üben könnt. Das ist kein Ersatz für ehrliches Mitteilen. Ich muss es betonen. Das, was ich hier sage, das ist alles nur zusätzlich. Also, wenn ihr jetzt Energieübungen macht, statt ehrliches Mitteilen, dann seid ihr raus aus der Transformation. Das hier dient zusätzlich dazu. Also, schauen wir uns die ganze Sache an. Der Verschmelzungstyp, dessen Energiesystem ist zwanghaft nach innen gerichtet. Und ich betone Energie, nicht die Gedanken. Ego-Gedanken sind zwanghaft nach außen gerichtet, aber das Energiesystem ist zwanghaft nach innen gerichtet. Das muss man erstmal realisieren. Das ist eben das Interessante dabei. Und das heißt, die energetische Ausrichtung, das ist das, was wir sozusagen als Kind wie als eine Art Schutz implementieren mussten, ja, beziehungsweise es passiert ja alles automatisch, was dann aber zu zur Erfahrung von Trennung führt. Und das Ego, der Verstand versucht, das dann zu kompensieren. Deswegen ist das entgegengesetzt. Das Energiesystem, wie sich das geschützt hat oder wie sich das entwickelt hat beim Verschmelzungstyp, ist zwanghaftes nach innen ziehen. Und um eben jetzt eine Verbindung herzustellen, beziehungsweise anders ausgedrückt, das Problem des Verschmelzungstyps ist, und das ist jetzt alles, klingt sehr paradox, ja, anders eben als die, anders als aus Sicht der psychologischen Ebene. Das System des Verschmelzungstyps weiß nicht, wie es sich verbinden soll. Und da es keine energetische Öffnung zulassen kann, weil es zwanghaft nach innen und in den Schutz gegangen ist, muss es das wie so durchbohren, das ist der Versuch, dass die eigene Blockade von innen nach außen und von außen nach innen zu durchbohren, um diese Blockade zu überwinden, was natürlich nicht funktioniert. Und was wir dann sehen, ist eben ein zwanghaftes nach außen richten der Gedanken und der Beschäftigung, der mentalen Beschäftigung mit dem Außen, ja, aber es kommt keine Verbindung zustande. Das heißt, es wird wie ein mentaler Strahl nach außen gerichtet, es wird wie von innen nach außen durchbohrt, aber der Schutz wird deswegen nicht überwunden, der bleibt bestehen. Ja, es ist wie, wenn ich hinter einer Schutzmauer mit dem Arm durch ein Loch durchgreife und da herumwurstle und da draußen irgendwas mache und was suche. So kann man sich das ungefähr vorstellen. Aber es wird auch in die andere Richtung gemacht, nämlich da ich als Verschmelzungstyp nichts annehmen kann, das ist eben der primäre Schutz, ich kann nichts annehmen, ich lasse nichts rein, weil das Energiesystem zwanghaft nach innen gerichtet ist, muss ich irgendwas durchmuckeln durch den Schutz. Und eine Möglichkeit ist es zum Beispiel über Drogen zu machen oder über Naturenergie, ja, oder über Essen. Das sind alles Dinge, um das wie so ein, um Energie wie einzuschleusen, ohne das eigentliche Problem lösen zu müssen. Das ist eben das Ego, ja, das sogenannte Ego. Das heißt, Ego, Verstand, Mentalität versuchen, eine Lösung zu finden, um mit dem Energiesystem, wie sich das gebildet hat, irgendwie klarzukommen, was keine Lösung ist. Das ist keine Lösung. Zur Lösung kommen wir noch, das ist jetzt, das sind die Versuche des Systems, ja. Also, das ist Verschmelzungstyp. Und beim Verschmelzungstyp geht es um eine zwanghafte Aktivität. Das ist das, was wir sehen. Zwanghafte Aktivität, um diesen nach innen gerichteten Schutz zu überwinden, ja. Weil sonst käme die ganze Leere und Einsamkeit und Hoffnungslosigkeit. Ja, die ganze Erfahrung von Trennung würde dann aufsteigen. Also arbeitet das Ego wie permanent gegen diesen Schutz. Und das sind zwei Systeme, die sich wie so im Gleichgewicht halten und es gibt da keine Lösung, aber derjenige bleibt halbwegs stabil. Und hofft, dass er durch diese Strategie irgendwie zu einer Lösung kommt, zu einer Verbindung, was aber nicht funktionieren wird. So, das ist das Dilemma des Verschmelzungstyps. Beim Autonomie-Typ sieht es so aus, dessen Energie ist zwanghaft nach außen gerichtet. Das heißt, die Öffnung ist zu groß, die energetische Öffnung. Und wir sehen eine Unfähigkeit, sich abzugrenzen, sich zu schützen. Jetzt, wenn ihr die anderen Videos gehört habt, bringt das nicht durcheinander. Ich rede von dem Energiesystem, nicht von den Gedanken und dem Ego. Das Energiesystem ist zwanghaft geöffnet, nach außen gerichtet. Und das Problem ist, derjenige weiß nicht, wie er sich schützen soll vom Energiesystem her. Es trinkt zu viel in ihn ein. Und wir erleben Passivität. Autonomie-Typen sind tendenziell Passivität, zwanghaft passiv. Und der Versuch des Egos, des Verstandes, damit klarzukommen ist, indem es versucht, durch Rückzug, Trennung auf der äußeren Ebene, Minimalismus, asketisches Leben, Reduktion generell, diesen Schutz, diese Abgrenzung herzustellen, was auch nicht geht. Das ist ein Versuch, eine Pseudolösung. Das sind also die zwei Komponenten beim Autonomie-Typ. Und wie gesagt, das Energiesystem ist genau diametral entgegen dem ausgerichtet, wie der Mensch uns erscheint. Ein Autonomie-Typ erscheint uns als reserviert, will nicht viel sagen von sich, zieht sich ständig zurück, erscheint nicht, kommt nicht, hat Ausreden und so weiter. Also auf der psychologischen sichtbaren Ebene ein permanentes Abgrenzen, sich trennen, distanzieren, reduzieren. Aber das Energiesystem ist genau anders ausgerichtet. Das ist zu offen, es kommt zu viel rein, da ist zu viel Durchlass von außen nach innen. So, das sind also die, wie die Energiesysteme aufgebaut sind bei den jeweiligen Typen. Zusammengefasst können wir sagen, beim Verschmelzungstyp haben wir ein zwanghaftes nach innen gerichtet sein des Energiesystems in Verbindung mit Aktivität des Egos und ein Kreisen der Energie um das Innere. Der Energie, nicht der Gedanken. Die Energie kreist um sich selbst. Logischerweise, weil das ja nach innen geschlossen wurde. Das heißt, der Verschmelzungstyp, dessen Energie kreist um sich selbst, aber der Verstand, das Ego ist nach außen gerichtet und beschäftigt sich mit dem da draußen. Das klingt völlig paradox, aber so ist es. Das heißt, wir haben den Verschmelzungstyp, der sich ständig mit dem Außen beschäftigt und scheinbar auf dich zugeht, aber wenn du mit so jemandem zu tun hast, merkst du schnell, dass aus irgendwelchen mysteriösen Gründen es trotzdem die ganze Zeit um ihn selber geht. Und das ist das, was ich damit meine. Die Energie lässt der um sich selber kreisen. Und dann fühlt sich das eben komisch an. Es fühlt sich an, wie als ging es um dich, aber inhaltlich mental geht es auch um dich, wenn der Verschmelzungstyp mit dir in Kontakt tritt. Aber energetisch nicht. Energetisch geht es um ihn selber. Der lässt das in sich zirkulieren. Beim Autonomie-Typ genau andersrum. Wir haben ein zwanghaftes aus den ausgerichtet sein auf das Außen mit Passivität des Egos, des Verstandes. Nichtstun-Warten-Reduktion. Und das ist ja auch paradox scheinbar, weil so erleben wir die Menschen nicht. Aber du hast vielleicht schon mal festgestellt, dass du ganz leicht auf Autonomie-Typen zugehen kannst. Dass es wie ein Sog gibt dahin und dich mit ihnen zu unterhalten. Du erfährst dann zwar Abgrenzungen, die lassen dich abblitzen und gehen weg und so weiter. Aber die Anziehung, da ist eine große Anziehung. Energetisch. Es ist wie ein Sog. Es ist sehr interessant. Also, das ist, wie das konfiguriert ist. Damit du eine Idee hast und das vielleicht auch mal spüren kannst, mache ich jetzt mal diese Zustände vor. Das heißt, das nach außen ausdehnen, das nenne ich auch ein nicht personelles Ausdehnen des Autonomie-Types und ein nicht personelles Zusammenziehen des Verschmelzungstyps. Warum nicht personell? Weil da noch kein Gegenüber und ich selber vorkomme. Das klingt jetzt alles sehr kompliziert. Aber vielleicht musst du dir das Video auch ein paar Mal anschauen und das selber mal spüren. Je mehr es in Richtung Trauma geht, desto mehr sind diese Energiekonfigurationen nicht personell. Das heißt, je weniger nehme ich den anderen wahr und mich selber. Und zur Übung und zur Lösung komme ich dann danach. Aber ich mache jetzt erst mal diese zwei Zustände vor. Also das Zwanghafte nach innen, das nicht personelle, das nicht persönliche nach innen ziehen, nach innen kollabieren des Verschmelzungstyps, das sieht so aus. Und jetzt nicht verwechseln mit der psychologischen Ebene. Ich simuliere jetzt nicht die psychologische Ebene des Egos und richte mich jetzt mental nach außen aus, auf dich, sondern ich simuliere nur das Energiesystem. So zum Autonomie-Typ ist es genau andersrum. Ein nicht personelles Ausdehnen nach außen. Sieht so aus. In beiden Zuständen komme weder ich vor in der Wahrnehmung noch ein Gegenüber. So, das sind eben die Pole. Je mehr es in Richtung Traumatisierung geht, desto nicht personeller, desto nicht personaler werden diese Energiezustände. So, die Lösung ist jetzt, und jetzt wird es noch verrückter, dass nämlich die Richtung der Energiebewegung für die Lösung die gleiche ist, nur die der jeweilige Typ muss die Energieausrichtung von dem Nicht-Personalen zum Personal machen. Das heißt, für den Verschmelzungstyp, das Zusammenziehen der Energie, das muss der machen, aber er muss das zu sich als Mensch, als Person machen, zu seiner Eigenwahrnehmung. Beim Autonomie-Typ genau das Gleiche. Die Richtung ist richtig. Das heißt, er muss von dem Nicht-Personalen Einheits-Ausdehnungsversuch hin zu einer Ausdehnung auf ein Gegenüber. So, und das möchte ich auch gerne simulieren kurz. Und das ist auch das, was ihr in der Partnerschaft üben könnt und machen könnt. Und ihr werdet sehen, das führt sofort zu einer großen Veränderung und zu einer großen Erleichterung. Also, ich simuliere jetzt das personelle Zusammenziehen des Verschmelzungstyps, also das, was der Verschmelzungstyp üben muss, das Bei-sich-Sein, das Sich-Wahrnehmen. Nicht das Zirkulieren des Egos im Verstand, was er sowieso die ganze Zeit zwanghaft macht. Das meine ich nicht, sondern die Energiebewegung. Also, das sieht so aus. Und vielleicht hast du den Unterschied gemerkt zu vorher, wo das ein nicht-personelles Zusammenziehen war, wo es sozusagen in die Selbstauslöschung geführt hat, wo ich mich selbst nicht mehr wahrgenommen habe. Und jetzt zu meiner Eigenwahrnehmung. Bei mir. So, Verschmelzungstyp. Das ist die Übung für den Verschmelzungstyp. Für den Autonomie-Typ, wie gesagt, geht es um eine Ausdehnung auf ein konkretes Gegenüber. Das sieht so aus. Und vielleicht hast du auch hier gemerkt den Unterschied zwischen der nicht-personalen Ausdehnung, wo es niemand mehr gibt, alles ist eins, und der Ausdehnung zu einem konkreten Gegenüber, wo das Gegenüber vorhanden ist, und ich selbst. Und das führt dann zu dem Gleichgewicht, das wir uns selber wahrnehmen, und den anderen. Das ist wie so eine Energieblase wird. Das ist alles Energieräume. Und wenn man das macht, dann kann das einfach unheimlich die Sache unterstützen. Weil wir reagieren oft auf diese Energieräume, wie das System eben konfiguriert ist. Und wenn wir das nicht wissen und nicht verstehen, dann sind wir all diesem Prämborium auf eine Art hilflos ausgesetzt. Und wenn du das jetzt weißt, dass wenn dein Partner ein Verschmelzungstyp ist und du weißt es, verstehst das jetzt alles, dass der zwanghaft die Energie zusammenzieht, um sich zu schützen und mental aber nach außen geht mit seinem Ego und bei dem Autonomie-Typ. Genau umgekehrt, dass der sich zu weit geöffnet hat, dauernd nicht personal nach außen geht, die Energie des Egos aber nach innen, in die Passivität. Wenn du das weißt, dann verstehst du auch, warum eben derjenige manche Dinge tut, was bei dir wiederum dann als Trigger wirkt, was aber nur ein Selbstschutz ist. Und zum Abschluss nochmal, das Prinzip ist für den Verschmelzungstyp, ist in die Passivität zu kommen. Weil die Ego-Kompensation ist Aktivität. Damit was reinkommt, wenn ich mich nach außen öffne, das hat was mit Passivität zu tun. Beim Autonomie-Typ ist es genau umgekehrt. Der muss grundsätzlich in die Aktivität. Das ist eine Hinbewegung, eine Öffnung nach außen. Aktivität. So, das sind die esoterischen Zusammenhänge und Konfigurationen, was Autonomie und Verschmelzungstyp angeht.